Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Burn, motherfucker, burn. Könnt ihr mich irgendwie mal zu euch teleporten, dann geht das glaube ich schneller. Wie geht das eigentlich Teleport-Moment? TP, dann der Name. TP, wie wirst du? Love, Beach. Noch mal TP. 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 Das war doch einfach nur TP, Love, Lied und Onkel Adi fertig, oder? Nee, die Server kann man nicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Nee, geht nicht. Warum seid du die gerne ständig in den... Ah, au. Warum wird keine so Dorn dann gehen? Hä? Ja, weil ich dein scheiß Baum da abfackeln muss und weil ich da hochfliegen muss, um da an die Reste ranzukommen. Ähm, Dreck. Ja, klar, wie soll ich denn durch die Luft klettern, du Klugscheißer? Ja, klar. Ich war da echt so aus dem blöden Kackschiff jetzt hin, um die Reste von deinem Baum da abzufackeln. Ich freue mich, dass ich das Ding überhaupt niedergebrannt habe. Ich freue mich aber gar nicht, dass was passiert ist, oder? Hm. Ja, Redstone gefunden. Oh, ich nicht. Ah, ich hab's gefunden. Endlich. Was hast du gefunden? Achso, da kommst du ja gerade. Oh, Gott. 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 steckt ist denn hier so düster drin jannis ja ich sollte gerade schon ausleuchten überlege ich das aber auch mit Fenstern zu machen von daher alter war kommt der Sand her die ganze Sand ein Röder wo kommt der her Junge das sieht ja aus wie der Wüste weil die hier oben und dann ist da überall noch Schnee drauf ich mach mir eine Schaufel und der verfickte Schnee soll eigentlich aufhören damit ich das Zeug runterkratzen kann ich schnee einfach nur hasse ey und dann Schiff, 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 Schiff. Das war der WB-Folge. Ja? Was hat er denn mit Chicken Wings bei der Folge? Nicht fragen, ob das heute mal jemand versucht hat. Ja? Das war der WB-Folge. Janis, was machst du da? Ich versuch da das Bett zu kommen. Hier raus ist mein Bett. Ist es nicht Haukes? Nein, es ist meins. Ist hier meine Wohnung. Haukes Wohnung ist nebenan. Das ist die ganze kleine arme Wohnung. Die Aura. Aber da ist... Ey, die Schatztour gefällt mir. Da ist deine Schatztour im Haukes Zimmer. Ja. Ah, hier ist nicht auch bloß das Bett von mir. Mein intellektueller Raum ist das hier. Die ganze Mickey Maus-Handschriften. Schau, 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 schau. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Wie sehen meine Samen da oben eigentlich aus? Ja. Genau, ich glaube, ich besorgen ist ein bisschen Bone Meal. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Oh Scheiße, natürlich, Alter, drei Creeper auf einmal. Ne, wir sind hier und die umzingeln mich. Ich komme wieder zurück zu oben, ich habe jetzt 40 Samen eingesammelt, 41. Ja. Ja, war das Deck voll. Ja, da hinten war ich auch schon. Wo ist der Knochen hin? Da habe ich zwei sogar gehalten. Hier machen wir ein Skelett. Ja. Also, der hätte fast einen Baum in die Luft gejagt, der Creeper. Welchen? Den großen. Den großen. Fast. Ist das was? Ja.